Herzlich willkommen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen, aufregenden Comedy-Bus-Tour von Schröderreisen. So riecht Berlin, so heißt unser Motto heute und zwei meiner Gäste müssen gleich die verschiedensten Gerüche dieser Großstadt erriechen und ich kann auch noch anbieten einen Schnellkurs in High Heel Walking. Die ganze Sache ist natürlich wieder powered by Berliner Akzente. Und jetzt geht's los, wir geben Gas und starten. Ich habe ein eigenes Parfum rausgebracht. Öl de Jutta ist mein Duft, den habe ich selber. Ja, wirklich, ein bisschen sprühe ich es mal hier so durch die Reihen, damit Sie schon mal riechen können. Die Flasche ist dann schon halb leer, aber die verlosen wir trotzdem. Da sind Spuren von Futschi-Aromen drin. Jetzt geht es darum, bestimmte Düfte hier zu erriechen. Riechen? Ne, weiß ich nicht. Es riecht wie Cannabis. Es riecht nicht. Es riecht noch nicht. Also jetzt habe ich etwas anderes hier. Schauen Sie mal. So, mal sehen, was die Ruth sagt. Und schön laut und deutlich, Ruth, ja? Wie? Das Näschen richtig schön rein, tief reinstecken. Kamilla? Kamilla ist richtig! Na, Ruth, los. Sag irgendwas. Wonach riecht es? Hast du einen Garten? Na, hoi. Hoi! Hat sie das gesagt? Ja. Jawohl, einen Applaus für Ruth. Ist ja sowas von gut heute. Sie haben ja nun bewiesen, dass Sie eine gute Nase haben bei unserem Quiz. Und Öl de Jutta haben Sie es schon ausprobiert? Nein, noch nicht. Werden Sie es mal benutzen? Na, unbedingt. Ja, und zu welcher Erlegenheit haben Sie da schon einen Plan? Ich werde meine Arbeitskollegen damit überraschen. Ich fange ganz von vorne an, hier in Neukölln. Na, hoi. In Neukölln. Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt zur Tanzschule Vivace und werden dort einen kleinen Probeunterricht im High Heels laufen haben. Folgen Sie mir? Also ich bin die Xenia und ich bring allen Frauen und Männern, die Lust dazu haben, auf High Heels zu laufen, das Laufen bei. Und wer hat von den Herren Größe 44? Ich hab 45. Ich hab 45. Und ich hab' da noch ein bisschen voll dabei füllen, ja? Ja. Unser Seger hier, unser Super-Rolle. Öde Jutta, für unseren Sebastian, und ich sprüß dir gleich mal rauf. Liebe Jutta, wir bedanken uns für den schönen Abend. War wunderbar. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017